Das dritte Auge, der Sehsinn unseres Kopfchakras, wird uns also nur helfen, wenn wir bereit sind, unsere infantilen, unsere kindlichen Muster aufzugeben. Viele glauben, wenn ihr drittes Auge geöffnet sei, dann wären sie erleuchtet. Aber das ist ein Irrtum. Es gibt Menschen, die können Energie sehen, auch Stimmen hören und sind derart davon überfordert, dass sie als schizophren oder psychotisch gelten. Viele sensible Menschen leiden unter ihrer feinstofflichen Wahrnehmung, wenn sie nicht verstehen oder erklärt bekommen, was in ihnen vorgeht. Und das Spektrum der Wahrnehmung ist breit. Vielleicht ist es an der Zeit, die Vorstellung der psychischen Krankheit in Summe zu revidieren und lieber von Gefühls- und Bewusstseinszuständen auf dem Spektrum zu sprechen. Hören wir auf, uns gegenseitig zu stigmatisieren und Etiketten, auf Menschen zu kleben, die einfach eine andere Wahrnehmung haben als wir. Zumal wir mit dieser Stigmatisierung psychisch krank Menschen isolieren und von der Gemeinschaft abtrennen. Ich könnte überspitzt formulieren, psychisch krank ist jeder allein und er ist auch für sich selbst verantwortlich. Aber niemand hat sich allein und selbst traumatisiert. Das Trauma des Einzelnen macht Ermittlungen notwendig, woher das Trauma stammt und wer im sozialen Umfeld Mitschuld an dieser Verwundung trägt. Psychisch und damit auch spirituell verhalten wir uns mitunter aber noch so, als wäre ein Mordopfer selbst schuld daran, ermordet worden zu sein. Es finden keine Ermittlungen statt. Wen wundert es da, dass Mord und Totschlag an der Tagesordnung stehen? Erst wenn wir kollektiv begreifen, wie schwer traumatisiert wir alle in Wahrheit sind und wie stark das unsere feinstoffliche Wahrnehmung vernebelt, desto rascher kann eine Aufarbeitung und Heilung geschehen. Dafür müssen wir alle die drei Phasen durchlaufen aus Suche, Erkenntnis und Reinigung. Diese drei Phasen bilden einen Kreislauf. Wir reinigen dabei nicht nur die Sinne, wir filtern auch alle störenden Signale aus. Die Reinigung des Sinnesreizes muss auch als Freilegung, als Selektion betrachtet werden. Der Hund wittert aus Abermillionen Duftstoffen den Duftcocktail heraus, den er suchen will und erkannt hat. So geht Suchen, Erkennen und die Selbstkorrektur der Sinnesreize ineinander über. Der Kreislauf schließt sich wie ein Motor, der läuft, bis das Ziel erreicht ist. Aber was ist das Ziel deiner spirituellen Wahrnehmung? Genau da liegt die zweite Gefahr, die wir besprechen sollten. Wer die Wahrheit sucht, wird diese finden, aber jenseits dessen, was ihm Lohn und Brot verspricht. Nonnduale Erkenntnisse sind im Westen ungern gesehen und sind eine Art pausenlose Kränkung des schwarz-weiß denkenden Verstandes. Wer tiefe Einblicke in die Wirklichkeit sucht, wird diese finden. Außerkörperliche Erfahrungen, Seelenreisen, Astralwanderungen. Aber wohin führen sie dich? Nur von dir weg, wenn sie dich nicht näher zu dir selber bringen. Eskapismus und Selbstflucht kann auch in der Esoterik erfolgen. Letzten Endes suchen wir uns also nur selbst. Und das dritte Auge dient der finalen Selbsterkenntnis. Wer sich selbst sucht, wird sich selbst finden, aber als kosmisches Bewusstsein, nicht als menschliches. Erleuchtung bedeutet, ich bin nicht real. Ich bin alles und ich bin nichts. Das Ego löst sich letztlich im göttlichen Bewusstseinszustand auf. Es schmilzt in der Essenz des Lichtes, aus der wir alle stammen. All das vorausgeschickt können wir uns der feinstofflichen Wahrnehmung der Chakren und Auras widmen. Wie trainiere ich mein drittes Auge? Wenn du deine Augen schließt, siehst du zunächst einmal dein eigenes Kopfchakra, blau oder eben grau-schwarz. Das menschliche Bewusstsein ist im Kopf verortet. Das heißt, wir sind mit unseren Gedanken identifiziert und glauben uns leider alles, was wir denken. Ein großer Fehler. Schließe jetzt deine Augen und beschreibe dir alles, was du siehst, egal wie klein, egal wie banal es dir erscheint. Schreibe es auf, male es auf. Im schlimmsten Fall hast du einen schwarz-weiß-Fernseher. Dein Kopfchakra ist also grau und nicht auf Empfang. Alles, was du siehst, ist dann ein schwarz-weißes Rauschen. Die Menschen sagen dann immer, ich sehe nichts. Ziemlich frustrierend. Kein Wunder, wenn es da schwerfällt, an die eigene Hellsichtigkeit zu glauben. Also konzentriere dich, aber entspanne zugleich deinen Körper. Lass die Spannung einfach abfließen. Mach zur Not auch eine kleine Meditation. Jetzt stell dir bitte eine rote Rose vor. Stell dir vor, du siehst eine rote Rose. Mit dicken, schönen, roten Blütenblättern. Kannst du sie sehen? Zoome in die rote Rose hinein. Mach sie so groß, wie du nur kannst. Beschreibe sie dir selbst. Wenn du sie malen müsstest, wie würdest du sie sehen? Die erste und wichtigste Frage lautet hier, wo siehst du die rote Rose? Siehst du sie wie hinter dir? Oder links von dir? Oder rechts vor dir? Vielleicht auch direkt mittig, wie vor deiner Stirn? Diese Frage hast du dir vielleicht noch nie in deinem Leben gestellt oder zuletzt in deiner Kindheit. Aber Dinge, die du dir visuell vorstellst, erscheinen räumlich an einer bestimmten Stelle deines Bewusstseins. Neugierig geworden? Dann werde jetzt Mitglied bei uns auf qiheilung.de Wir freuen uns auf dich!